Hallo, ich bin Tara Palatella. Ja, ich weiß, ihr wisst, ich weiß es, ich sehe aus wie eine Puppe. Deswegen werde ich euch immer ein bisschen zurecht gesupft. So, ne? Oh, ähm, was könnte ich euch denn noch sagen? Einen Moment, ich hab's. Also, ähm, ich hab blaue Augen. Meine Lieblingsfarbe ist lila. Ich mag gerne Zöpfe in meiner Mähne. Ich bin ein Haftlinger, hab eine Blässe und ein Milchmaul. Ich bin kitzelig am Bauch. Ich will mich jetzt nicht kitzeln. Hier, da, hui. Und ich springe wie ein Weltmeister. Uff. Bäh. Am liebsten wälze ich mich im Sand. So, ja. Da kann man mich nämlich immer schön putzen, ja. So. Putzen, putzen, putzen. Und da, da, da ist meine Besitzerin. Na, habt ihr gesehen? Wo? Ja. Also, das ist das erste Video hier. Deswegen bin ich da noch nicht so geübt drin. Aber ich dachte mir, ähm, ja, ich hab da schon so Ideen, wie ich vielleicht mit meiner Besitzerin verrückte Sachen machen kann. Oder so, süße. Zum Beispiel malen. Ähm. Ähm. Ja, das war's. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.